Herzlich willkommen zu einem neuen Webinar der Solid-Gruppe und GoldSilberShop.de. Mein Name ist Markus Blaschzock, ich bin Chefökonom bei Solid und Gründer von Blaschzock Research. Die Aktienmärkte befinden sich seit zwei, drei Wochen im freien Fall. Das Coronavirus hat die Everything-Bubble an den Märkten angestochen. Gold ist in diesem Umfeld natürlich als sicherer Hafen gesucht, wenn auf der anderen Seite im Angesicht einer neuen Rezession die Industriemetalle drastisch eingebrochen sind. Die Notenbanken haben reagiert, bereits die Zinsen gesenkt und stehen bereit, neues Geld zu drucken, um das Bankensystem zu retten. Die JZB hat bereits eine Ausweitung des QE-Programms bekannt gegeben, von daher passt schon das Umfeld für weiter steigende Preise. Im Gleichklang ist der Rohölpreis auf ein historisches Tief zum Goldpreis eingebrochen, was es so in der Geschichte noch nie gab. Nie war Rohöl günstiger zum Gold, zum echten Geld des freien Marktes. Und auch all meine Prognosen der letzten Wochen und Monate sind eingetroffen. Heute gibt es noch einmal eine genaue Analyse eben zu allen Edelmetallen und zum Schluss eine Chart- und Termitenmarktanalyse mit Fundamentaldaten und Ratios, die diesmal umfangreicher ist und deswegen die zweite Hälfte des Webinars einnehmen wird. Wir sehen hier den Goldpreis, der als sicherer Hafen gesucht ist und sich trotz eines Einbruchs am Aktienmarkt auf sehr hohem Niveau hält. Gold ist sehr stark. Auf der anderen Seite ist Silber als industriell genutztes Edelmetall deutlich unter die Räder gekommen. Wir hatten das aber vorhergesehen. Bei 1960 gab es ein erstes Verkaufssignal und hatten dann jetzt zum Schluss einen weiteren Drücksetzer ab 15,50 bis ca. 15 Dollar erwartet. Auf Euro-Basis gar auf 14 Euro die Feinunze, was dann auch letztlich in dieser Woche eingetreten ist. Der starke Rückgang des Silberpreises und gleichzeitig die gestiegene Investmentnachfrage beim Gold hat dazu geführt, dass das Gold-Silber-Ratio auf ein einzigartiges Verhältnis von über 100 noch einmal gestiegen ist. Das gab es nur einmal 1991. Damit bietet Silber ein einmalig gutes Chance-Risiko-Verhältnis bei einem Investment in Edelmetalle, weshalb smarte Investoren dieses Niveau nutzen werden, um zu kaufen. Ich bin mir sicher, dass die Investmentnachfrage gerade jetzt in einem stark inflationären Umfeld hier massiv zunehmen wird und letztlich auch hier sich ein Defizit an diesem Markt einstellen wird, das zu einem weiter steigenden Silberpreis führen wird letztlich. Hier sehen wir die Industriemetalle Platin und Palladium. Diese sind im Zuge des Stillstands der Weltwirtschaft durch das Coronavirus, das die F-16 Bubble eben angestochen hat, massiv eingebrochen. Platin ist gefallen, wie erwartet, um 250 Dollar in der Spitze. Und auch der Palladium-Preis kam massiv runter von fast 3.000 Dollar im Top auf im Tief bei 1.650 Dollar am gestrigen Tag. Ein massiver Einbruch, wie es bei jeder Rezession in der Vergangenheit eigentlich so war. Deswegen war das auch sehr leicht vorherzusagen. Hier sehen wir den deutschen Aktienindex. Dieser ist binnen drei Wochen um 33% eingebrochen. Der stärkste Einbruch in der Geschichte. Das Ganze war nicht schwer zu prognostizieren, denn wir sahen den Abbruch der Lieferketten und den Stillstand der chinesischen Wirtschaft bereits in den Wochen davor. Von daher war es klar, dass das Auswirkungen auf die westlichen Volkswirtschaften und die Aktienmärkte haben würde. Und nachdem immer mehr positive Tests zum Coronavirus kamen und auch hier Quarantäne-Maßnahmen ausgerufen wurden, war klar, die europäische und die amerikanische Wirtschaft sind betroffen. Und deswegen gab es den ersten Einbruch am Aktienmarkt auch, nachdem so viele positive Tests in Norditalien gefunden wurden. Seitdem crashen die Märkte. Also ein historisch starker Einbruch am Aktienmarkt. Binnen so kurzer Zeit. Der S&P 500 erlitt sogar den stärksten Einbruch in kürzester Zeit in seiner Geschichte. Wir sehen hier, dass der DAX unter die Marke von 10.000 Punkte gefallen ist und vor kurzem noch bei 14.000 Punkte. Jetzt bei fast 9.000 Punkte am gestrigen Abend. Das ist das Tief von Anfang 2016. Damit ist der Anstieg von vier Jahren einfach ausgelöscht binnen drei Wochen. Wer da keinen Stopp gesetzt oder mal Gewinne mitgenommen hat, kann man nicht helfen. Das hat sich angekündigt. Auf der anderen Seite konnte man hier wirklich viel Geld verdienen. Wer auf der Short-Seite aktiv war. Hier haben einige sehr viel Geld gemacht und einige, die viel verloren haben, die etwas langsamer waren. Hier sehen wir den amerikanischen Aktienmarkt, den S&P 500. Dieser hat 26% verloren. Ist auf das Tief von Anfang 2019 gefallen. Und hier sehen wir den Dow Jones. Der hat alle Gewinne seit Mitte 2017 wieder abgegeben. Was auch hier einer der stärksten Einbrüche in der Geschichte des Dow Jones ist. Die Notenbanken reagieren bereits. Sie sehen hier die EZB und die Federal Reserve. Die europäische und die amerikanische Notenbank. Dank wie sie mit Injektionen von frischem Geld dem todkranken Börsenbullen versuchen, wieder auf die Beine zu helfen. Mal sehen, ob ihnen das gelingen wird. Nominal sicherlich, aber real sind die Blasen angestochen. Und die Realwirtschaft wird jetzt in eine Rezession übergehen. Was letztlich durch die Injektion der Notenbanken in einer Stagflation enden wird. Diese Cartoons können sie übrigens gerne verwenden in ihren Publikationen und Veröffentlichungen. Einfach Copy-Paste und mit einfügen. Der Crash am Aktienmarkt sorgte dafür, dass US-Staatsanleihen stark gefragt waren. Die Kurse für 30-jährige US-Staatsanleihen sind von 160 mal schnell auf über 190 Punkte gestiegen. Und die Kurse für 10-jährige Staatsanleihen haben nochmal einen Abwärtstrend über 132 Punkte übersprungen. Sie sind auf 140 im Top gestiegen. Ein massiver Anstieg. Es waren sichere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen gesucht in den letzten Wochen, als die Aktienmärkte nur noch eine Richtung kannten. Nämlich nach unten. Die Notenbanken haben in dieser und in der letzten Woche bereits reagiert. In der letzten Woche hatte die US-Notenbank bereits überraschend den Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt, obwohl es am 18. März sowieso eine Zinssenkung geben würde. Zu diesem Zinstermin am 18. März in der kommenden Woche erwartet der Markt bereits wieder eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, die bereits eingepreist ist. Also die Panik bei Notenbanken und Politik ist aktuell sehr, sehr groß. Wir sehen, die europäischen Zinsen sind weiterhin bei 0%. Ja, wo sollten die Notenbanker sie auch hindrücken? Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass der EU bzw. der EZB kein anderes Mittel blieb, außer bei ihrer gestrigen Notenbank-Sitzung eine Ausweitung des QI-Programms bekannt zu geben. Wir sehen bereits ein neues QI-Programm in Europa seit 1.11.2019 ohne Laufzeitende mit monatlich 20 Milliarden Euro. Jetzt wird dieses bis Jahresende nochmal um 120 Milliarden Euro ausgeweitet werden und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass dieses Volumen nochmal anwachsen wird in den nächsten Jahren, vielleicht sogar in den nächsten Wochen und Monaten schon massiv ausgeweitet werden wird. In den USA wird wahrscheinlich die Notenbank-Bilanz in den nächsten Monaten bis Jahresende um eine halbe Bionde US-Dollar ausgeweitet werden. In drei Geschäften sollen insgesamt 1,5 Bionde Dollar in den Repomarkt gepumpt werden. Zusätzlich will die US-Notenbank länger laufende Wertpapiere auch jetzt kaufen, nicht nur im Repomarkt um kurzfristig aktiv sein, sondern auch länger laufende Wertpapiere. Es steht noch eine weitere Zinssenkung um 0,5% in der nächsten Woche aus und man überlegt in den USA jetzt auch Unternehmensanteile und Wertpapiere aufzukaufen, um das System zu rekapitalisieren. Also die Notenbanken sind aktiv, das wird letztlich den Dollar abwerten und den Goldpreis massiv steigen lassen. Hier sehen wir die Bilanz der US-Notenbank, die zuletzt schon massiv gestiegen war. Nachdem im letzten Jahr die US-Notenbank einen Platz in der Anleihenblase verhindert hat, in dem sie massiv am Repomarkt interveniert hatte, die Zinsen waren kurzzeitig in den zweistelligen Bereich gesprungen, die Notenbank musste hier intervenieren und jetzt wird das Ganze nochmal ausgeweitet. Man erwartet, dass durch diese neuen Interventionen sich diese Bilanz auf über 5 Billionen Dollar ausweiten wird bis Jahresende. Also ein massives Inflationssignal aus den USA. Hier sehen wir diese Veränderung in der Notenbank-Bilanz nochmal auf Monatsbasis. Und sie sehen, dass diese Ausreißer rechts ähnlich in der Krise 2008 nach Lehman Brothers sind, wobei mit diesen neuen Injektionen, die jetzt kommen, auch ein ähnlich starker Anstieg, vielleicht sogar zweistellig hier in dieser Notenbank-Bilanz jetzt stattfinden wird. Und wir sehen eine ähnliche Panikreaktion wie 2008, als das gesamte Weltfinanzsystem vor dem Abgrund stand. Hier sehen Sie den Goldpreis in schwarz, grau hinterlegt und die Ausweitung der US-Geldbasis seit 2008. Also durch Lehman Brothers wurde hier Geld gedruckt und die inflationswirksame Geldbasis hat dafür gesorgt, dass der Goldpreis massiv gestiegen ist. Also hier haben wir einen perfekten Inflationsindikator und wir werden jetzt in diesem und nächsten Jahr hier auch wieder einen massiven Anstieg durch neue QI-Programme sehen. Und dementsprechend wird der Goldpreis neues Potenzial nach oben bekommen. Wir sehen hier nochmal die Bilanzsummen der drei großen Notenbanken EZB, Bank of Japan und der Federal Reserve, des FED-Systems bzw. der US-Notenbank. Diese haben sich alle seit 2008 vervielfacht in der Bilanzsumme. Auslöser war eben Lehman Brothers bzw. das Platz in Immobilienblase in 2007. Der Rückgang der Immobilienpreise in 2007 war die Ursache für das Platz in Immobilienblase und diese war wiederum die Ursache für die Banken- und Finanzkrise, die im nächsten Schritt erst kamen. Das Coronavirus ist nicht das ursächliche Problem. Das Coronavirus ist nur die Nadel, die eine Blase zum Platzen bringt. Wir hatten den längsten Konjunkturaufschwung und die längste Horse in der Geschichte. Wir sehen gerade die größte Verschuldung und die größte Finanzblase bei den gleichzeitig stärksten Fehlallokationen in der Realwirtschaft, die es jemals in der Geschichte gab. Und jetzt braucht es einfach nicht viel. Ein kleiner schwarzer Schwan wie ein kleines Virus reicht aus, um diese Blase zum Platzen zu bringen und das sehen wir aktuell. Selbst wenn das Coronavirus bei warmen Wetter im Sommer verschwinden sollte, auf mirakulöse Weise, selbst dann ist diese Blase bereits geplatzt. Das System muss rekapitalisiert werden und die Dominosteine fallen bereits im System, ähnlich wie in 2008. Wobei es jetzt schwieriger ist. Damals konnte man nochmal die Zinsen senken und viel Geld drucken, aber weil man den Marktteilnehmern weiß machen konnte, man wird das Geld aus dem Markt wieder herausziehen. Aber jetzt ist klar, das Geld bleibt im System und es wird nur noch mehr, was letztlich für Inflation sorgen wird und für einen Platz in der nächsten Blase, nämlich der Anleihenblase, wozu wir noch gleich kommen werden. Bereits Ende 2018, als die Aktienmärkte drastisch einbrachen, stand das Finanzsystem vor einem neuen Kollaps und damals hatte Anfang 2019 dann Jay Powell ein Ende des Taperings und der Zinsanstiege verkündet. Gleichzeitig neue Zinssenkungen in Aussicht gestellt und der Smart Investor wusste zum damaligen Zeitpunkt sofort, das ist das Kaufsignal für Gold, hier stehen neue QI-Programme aus, die Blasen werden platzen. Und wir, libertäre Ökonomen der österreichischen Schule der Nationalökonomie, für uns ist das ganz klar gewesen, dass jetzt die Inflation folgen wird und dass die Blasen kurz vorm Platzen stehen. Es hat jetzt nochmal ein Jahr gedauert, aber das Coronavirus ist wirklich nur die Nadel, die diese Blase ansticht und zum Platzen bringt. Und deshalb hatte ich auch Anfang 2019 auf diese Notenbankentscheidung hin sofort ein Kaufsignal für Gold gegeben. Ich titelte damals in dem Webinar Startschuss für die neue Goldhaus. Geldpolitische Trendwende sorgt für Goldkäufe. Gold war zu diesem Zeitpunkt bereits 150 Dollar gestiegen, aber nachdem diese Meldung durch die Notenbank kam, wusste ich, Gold wird jetzt durch die Decke gehen und das Smart Money hat gekauft. Und Gold ist in der Folge um nochmal 300 Euro gestiegen im letzten Jahr allein. In der Spitze um über 55% binnen 19 Monaten. Das ist ein gigantischer Anstieg. Und wer die Konjunkturtheorie der österreichischen Schüler der Nationalökonomie versteht, der konnte das ganz leicht wissen und sich dementsprechend positionieren. Also auch diese Prognose es eingetroffen nicht gegeben hatte. Hier möchte ich jetzt kurz zu einem Kommentar aus dem vorletzten YouTube-Video Stellung nehmen, denn dort hat jemand behauptet, in der Vergangenheit wären meine Prognosen nicht so gut gewesen. und hat als Beispiel ein Video von irgendjemand anderem von 2011 verlinkt. Also das, was überhaupt nicht ich war. Und dieser Herr, der das geschrieben hat, der kennt sicherlich meine Analyse nicht, denn sonst wüsste er, dass meine Prognosen extremst akkurat waren in den letzten sechs Jahren. Seit Anfang 2014 hatte ich praktisch jedes Hochamt-Gold- und Silbermarkt nahezu perfekt identifiziert. Und wir sind short gegangen, wir haben Verkaufsempfehlungen gegeben, auch in den freien Webinaren und in den freien Marktkommentaren und erst recht ganz detailliert in meinem Premium-Börsenbrief auf www.blushstockresearch.de. Wir haben die Märkte praktisch perfekt getimed, sind dann zu den Tiefs auch immer long gegangen und das muss erstmal jemand nachmachen. Also wer hier behauptet, meine Trading-Erfolge wären nicht gut, der braucht sich bloß diesen Chart anschauen. Diese Signale, die Sie hier in diesem Chart sehen, sind Original-Signale aus meinem Börsenbrief. Das können Sie auch anhand der tausend freien Marktkommentare, die Sie online finden, auf verschiedenen Seiten lückenlos nachvollziehen. Also meine Signale sind extrem gut und das soll erstmal jemand nachmachen und auch die letzten Signale bei den Edelmetallen waren wieder gut und wie wir heute sehen werden, sind auch die letzten Prognosen alle eingetroffen. Beispielsweise der Einbruch bei Palladium. Ich war die letzten Monate massiv bullish für Palladium. Das ist eigentlich seit dem Tief bei 450 Euro, als ich ein Kaufsignal gegeben hatte. Palladium stieg zwischenzeitlich auf fast 3000 Dollar je Feinunze. Ich hatte bis vor kurzem jeden Rücksetzer als Kaufsignal gesehen. Jeden Rücksetzer an eine Unterstützung kauften wir nach und Ausbrüche wurden dann long gekauft. Bis vor ungefähr zwei, drei Wochen, als wir sehr skeptisch wurden, wegen China, wegen dem Stillstand der Wirtschaft, wegen verschiedenen Indikatoren und hatten dann ein Verkaufssignal gegeben. Und dann kam dieser Palladium-Preis unter Druck. Wir konnten uns noch vor zwei, drei Wochen bei 2700, 2800 im Top sogar einen Rückgang um 70% beim Palladium-Preis vorstellen. Und deswegen war auch dieser Rückgang als auf 1700 Dollar mit Ansage, die meine Premium-Abonnenten voll nutzen konnten, noch alle anderen aus meinen freien Markt-Kommentaren den klaren Schluss ziehen konnten, Palladium ist jetzt sehr stark absturzgefährdet, genauso wie Platin oder auch Silber, das das Ziel bei 14 Euro erreicht hatte, was ich auch in den vorletzten Videos schon bekannt gegeben habe. Als man Betrachter des Videos dann darunter schiebt, dass es unseriös wäre, nochmal Silber bei 14 Euro auszurufen. Aber unserer Meinung nach war das ganz klar, dass Silber nochmal auf 14 Euro fallen sollte. Gestern ist Silber sogar auf 13,70 Euro im Tief gefallen. Auch dieser Trade ist völlig aufgegangen. Also, Sie sehen hier die Original-Trades auch in diesem Chart und die waren mehr als akkurat. Mit der Flucht in den Anleihenmarkt und den steigenden Kursen sind natürlich die Zinsen in den Keller gegangen. Die Zinsen für 10-jährige US-Standsanleihen sind auf 0,5% gefallen. Vor kurzem in den USA noch bei 3,25% ein massiver Einbruch. Trump hatte sich ja niedrige Zinsen gewünscht. Er wollte die Fed dazu bringen, dass diese die Zinsen senkt. Er war neidisch auf die Europäer, dass diese sich umsonst verschulden konnten. Ja, aber Trump wollte sicherlich keinen kollabierenden Aktienmarkt bei gleichzeitig Null- und Negativzinsen. Da bin ich mir ganz sicher. Sondern er wollte einen weiter steigenden Aktienmarkt, um seine Präsidentschaft zu sichern. Das macht ihm jetzt womöglich einen Stich durch die Rechnung und gibt Joe Biden bessere Chancen. Aber mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Wir sehen hier die 30-jährigen Zinsen, diesen schönen Abwärtsdrehenkanal, der seit vielen Jahren intakt ist. Und dieser ist intakt, da die offizielle Inflationsrate sukzessive immer stärker gefälscht wurde seit Anfang der 80er Jahre. Und gleichzeitig die Geldmenge immer stärker ausgeweitet wurde, was letztlich für fallende Zinsen an den Märkten gezorgt hat. Das ist kein Normalzustand, dass wir 30-jährige Renditen auf 1% haben. Und auch in Deutschland haben wir ja seit längerer Zeit selbst offiziell nominelle Negativzinsen. Bei minus 0,6% zum Ende Februar, was wirklich enorm ist. Also wer hier der Regierung Geld leiht, verliert also praktisch offiziell schon ein halbes Prozent. Und inoffiziell liegt die Inflationsrate, die Teuerung, bei etwa 8% nach deiner alternativen Berechnungsmethode. Wer Staatsanleihen hält, verliert mit Sicherheit Geld, aber macht keine Rendite. Hier sehen wir beispielsweise die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen seit 1870 in Deutschland. Und schön sieht man auch im Kaiserreich, als es noch den Goldstandard gab, war der Zinskonstant bei ca. 4%. Das heißt, in einem freien Markt mit einem freien Geldsystem, in dem keine Notenbanken einfach die Geldmenge ausweiten können, ist der Zins unspektakulär stabil. Die Wirtschaft ist stabil, es gibt keine Krisen. Warum auch? Gold war damals Geld, hat für Wohlstand, Frieden und Freiheit gesorgt und für stabile Märkte. Das Gegenteil sahen wir dann in den 70er Jahren, als in den USA beispielsweise mit der Abwertung des Dollars die Zinsen in den zweistelligen Bereich gesprungen waren. Und seither weitete man die Geldmenge aus und manipulierte dann letztlich auch die offizielle Teuerungsrate, was dann letztlich dazu geführt hat, dass die Zinsen nominell immer weiter gefallen sind, auf unter 0% mittlerweile. Und das ist unnatürlich, das sorgt für Fehlallokationen, das sorgt für Blasen, das sorgt für einen Einbruch der Wirtschaft und einen netten Wohlfahrtsverlust. Das ist die Ursache für die immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich. Weil über reale Negativzinsen im Bereich von 5-10% das Vermögen von den Ärmsten, von den Kleinsparern, hin zu den Haltern von Schulden und inflationsgeschützten Assetklassen umverteilt wird. Und in so einem antikapitalistischen, gemeinwirtschaftlichen System kann die Masse nicht reich werden und die Wirtschaft kann nicht wachsen. So ein gemeinwirtschaftliches System führt letztlich immer in den Abgrund. Will man den Aktienmarkt in Relation setzen zum Goldmarkt, dann kann man dies mit dem Dow-Gold-Ratio machen. Für all jene, die schon ein blaues Auge am Aktienmarkt bekommen haben, stellt sich nun die Frage, weiter long im Aktienmarkt, weiter die Bullenseite spielen oder doch besser in den Goldmarkt wechseln? Unsere klare Antwort darauf ist, in den Goldmarkt wechseln, denn das Dow-Gold-Ratio, das in der Vergangenheit schon mal bei 2, bei 1 im Tiefer, notiert aktuell bei 16. Und das bedeutet, man benötigt aktuell 16 Unzen Gold, um einmal den Dow zu kaufen. Das ist relativ teuer, wie Sie hier in der Historie sehen. Aber das Dow-Gold-Ratio zeigt inflationsbereinigt, wann sich der Aktienmarkt wirklich in einer Rezession befindet und wann es sich in einem Aufschwung befindet. Und in den 70er Jahren sahen wir in der Stagflation den Einbruch des Dow-Gold-Ratios. Der Aktienmarkt war real gefallen, Gold war massiv gestiegen. Und das Gleiche sehen wir jetzt wieder. Im Jahr 2000 sahen wir das auch, da gab es eine reale Rezession. Jetzt von 2008 mit der Reflationierung des Systems eben einen realen Anstieg zum Gold aktuell. Aber dieser Anstieg wird sich jetzt so nicht weiter fortsetzen. Die Stagflation ist jetzt eben da. Die Notenbanken drucken und die Blase, die Everything-Bubble ist geplatzt. Dementsprechend wird das Dow-Gold-Ratio jetzt sukzessive fallen. Und deshalb sollte man inflationsgeschützte Anlageklassen dem Aktienmarkt jetzt vorziehen. Denn real, inflationsbereinigt wird der Aktienmarkt fallen, auch wenn er vielleicht das Niveau nominal halten wird. Wenn sie jetzt meine Aussage verwirrt, dann liegt das an der monetären Illusion, die die meisten Marktteilnehmer nicht verstehen. Denn der Aktienmarkt ist in den letzten Jahrzehnten primär allein wegen der Geldmengenausweitung bzw. der Inflation der Geldmenge oder der Teuerung gestiegen. Und nicht, weil die Unternehmen so stark gewachsen werden. Wir sehen hier einmal den Dow Jones nominal, wie wir ihn kennen, zum Jahresstart. Damals notierte dieser bei 28.500 Punkten. Zieht man vom Dow Jones seit 1970 nur die offizielle Inflationsrate ab, also die Inflationsrate, die Teuerung, die die US-Regierung herausgibt, dann würde der Dow Jones nicht etwa bei 28.000 Punkten notieren, sondern nur bei 4.000 Punkten. Und wenn man jetzt noch die inoffizielle Inflationsrate nutzt, nämlich die Shadow-Inflationsrate, nach der alten Berechnungsmethode von 1980, dann notiert der Dow Jones nur bei 630 Punkten. Das heißt, alles nur Illusion, alles nur Inflation, nicht wirkliches Wachstum. Und in den 70er Jahren, das sieht man in diesem Chart auch schön, da ging es inflationsbedingt nach oben. Und in den 70er Jahren war es so, dass der Dow Jones zeitwärts gelaufen ist, über 13 Jahre bei 1.000 Punkten. Er ging nicht weiter, aber inflationsbereinigt war dieser von 907 auf 313 Punkte gefallen. In 1982 und eine ähnliche Phase werden wir jetzt wieder in der Stärkflation erleben. Nominal werden die Aktienmärkte relativ stark bleiben. Sie werden eine hohe Volatilität sehen, aber real werden sie kollabieren um 90, 95 Prozent. Und in der gleichen Zeit wird der Goldpreis explodieren. Und hier sehen Sie das Gold-Kupfer-Ratio. Dr. Kopper hatte bereits vor einiger Zeit schon eine Krise angedeutet. Wenn sich Rezessionen ankündigen, dann schwächt sich die Wirtschaft meistens langsam schon ab. Und die Nachfrage nach Kupfer ebbt langsam ab. Dann fällt der Kupferpreis real zum Goldpreis. Und das sehen wir im Gold-Kupfer-Ratio. Das ist wieder auf Krisenniveau. Und diesmal ist es aber so, dass die Notenbankgeld drucken werden und der Goldpreis eigentlich steigen sollte. Das heißt, das Gold-Kupfer-Ratio sollte noch weiter ansteigen. Der Kupferpreis dürfte in der nächsten Rezession noch schwächer werden. Wir dürften dann noch höhere Spikes in diesem Ratio, vielleicht wieder bei 900. Und wir sehen schon, die Wirtschaft ist nicht mehr wirklich stark zum aktuellen Zeitpunkt. Das war in der Vergangenheit schon mal deutlich stärker. In der letzten Woche passiert etwas Außergewöhnliches. Der Rohelpreis brach historisch einmalig stark ein um über 10 Dollar zur Handelseröffnung. Sie sehen das hier in diesem Chart. Der Rohelpreis notierte heute bei 32 Dollar für das Fass WTI. Die Sorte brennt jetzt nur noch 2 Dollar teurer. Nominal sehen Sie, war 2016 der Preis schon mal auf diesem Niveau. Aber das sind so Krisenniveaus eigentlich. Wenn man diesen Preisrückgang in der Historie betrachtet, war dies der zweitstärkste Rückgang in der Geschichte des Rohelpreises binnen eines Tages. Intraday war dieser Rückgang sogar stärker als 1991. Aber dieser Abverkauf wurde dann etwas zurückverkauft zum Handelsschluss, wobei es dann an den nächsten Tagen weiter nach unten ging beim Rohelpreis. Interessant ist aber, dass der Rohelpreis im Verhältnis zu Gold so günstig ist wie noch niemals in der Geschichte. Sie sehen hier, das Fass Rohöl kostet nur 0,63 Gramm Gold je Fass. Und das ist historisch einmalig günstig. Sie müssen immer die Inflation rausrechnen. Das bedeutet, nie war Rohöl günstiger, nie war Sprit eigentlich günstiger. Und wenn Sie heute an der Tankstelle sehr viel für Ihren Sprit zahlen und sich darüber ärgern, dann liegt das nur an einer Sache, an dem Staat, an der Inflation, die er verursacht, über sein staatliches Geldmonopol und über die hohen Steuern auf den Rohelpreis. Aber es liegt nicht an dem Rohelpreis, nie war Rohöl in der Geschichte real günstiger als zum aktuellen Zeitpunkt. Nun, warum ist Rohöl so günstig? Die OPEC-Plus-Staaten hatten in den vergangenen Monaten bereits über eine Kürzung der Produktion um eine halbe Million Barrel, über eine Million Barrel pro Tag diskutiert. Zu den OPEC-Plus-Staaten gehört auch Russland. Und aufgrund der massiven Ausweitung der Rohölproduktion in den Vereinigten Staaten durch das Schieferöl sind die USA zum Exporteur von Rohöl geworden und es gibt ein Überangebot am Weltmarkt. Das gab es früher nicht. Und man wollte sich eigentlich darauf einigen, um den Rohölpreis zu senken. Jetzt kam plötzlich das Coronavirus. Und plötzlich aus heiterem Immer steigt Russland aus. Und als Strafe dafür, dass Russland nicht mit die Produktion kürzen will und den Rohölpreis anheben will, sagt Saudi-Arabien, man möchte den Rohölpreis um 8 Dollar nach unten hämmern und wird noch mehr produzieren. Also man macht genau das Gegenteil. Macht für mich alles keinen Sinn. Für mich sieht es ganz danach aus, als wollte man diesen Impact des Coronavirus auf die Weltwirtschaft durch niedrigere Rohölpreise etwas glätten. Und niedrigere Rohölpreise führt letztlich dazu, dass die Realwirtschaft entlastet wird. Sicherlich, erdelexportierende Länder haben wenige Einnahmen kurzfristig, aber der Rest der Weltwirtschaft wird entlastet durch den niedrigeren Ölpreis. Und es ist eine Art Konjunkturprogramm. Und das wirkt wirklich. Während QI-Programme im Negativzins nicht wirklich was bringen, in einem Umfeld, in dem keine Umsätze stattfinden, kann ein niedrigerer Rohölpreis schon dafür sorgen, dass Unternehmen entlastet werden und finanziell besser dastehen in der breiten Masse. Und von daher scheint das Ganze hier geplant gewesen zu sein. Also Rohöl in der Geschichte zum Gold niemals günstiger. Während der sichere Hafen des Goldpreises in den letzten Wochen stark war, als der Aktienmarkt crashte, ging es bei den Kryptowährungen bergab. Wir sehen hier den Bitcoin in US-Dollar von 10.000 auf unter 5.000 gefallen in dieser Woche. Ein massiver Rückgang, konnte von diesem Crash an den Märkten nicht profitieren und von der Corona-Angst. Auch der Litecoin ist massiv gefallen auf 31 Dollar je Litecoin. Das ist fast der tiefste Stand seit dem Jahr 2017. Wir sehen hier Dash, mein Lieblings-Crypto, ist auch wieder massiv unter Druck gekommen, auf 46 Dollar gefallen. Hier tut sich nicht wirklich viel. Diese Blase platzt immer weiter. Es sieht einfach aus wie der Telekom-Chart damals oder Tulpenzwiebel. Die meisten dieser Kryptos sind einfach Schrott. Es wird sich vielleicht ein, zwei durchsetzen. Doch mittlerweile wird auch offen in der Kryptoszene kommuniziert und diskutiert, dass Bitcoin doch nicht dieses alternative Geld ist, sondern sich eine andere Kryptowährung durchsetzen wird. Da ist viel Bewegung drin. Kryptowährungen haben definitiv ihre Berechtigungen. Ich als Ökonom der österreichischen Schule befürworte ohnehin Währungswettbewerb. Dementsprechend sind mir Kryptowährungen sympathisch. Aber ich glaube nicht, dass all diese Kryptowährungen ein Erfolg sein werden. Ein, zwei werden sich definitiv durchsetzen. Aber der Rest wird zur Hölle fahren. Und dementsprechend sollte man vorsichtig sein, woran man investiert. Und die Kryptos sind definitiv keine Alternative zum Gold als sicheren Hafen. Und jetzt sind wir bei der technischen Situation des Golds. Jetzt kommen wir zu Gold, Silber, Platin, Palladium und werfen zum Schluss noch einen Blick auf den HUI-Golden Index und den XAU. Beginnen wollen wir mit dem Goldpreis. Wir sehen hier, die Coddaten für Gold sind immer noch auf extremstem Niveau. Und die halten sich auf extremstem Niveau. Und das ist in den letzten Jahren außergewöhnlich gewesen. Es kommt hier zu keiner Bereinigung am Terminmarkt, weil die physische Nachfrage extrem stark ist. Und diese Nachfrage ist so stark, wegen den ganzen exogenen Faktoren, wegen den schwarzen Schwänen. Es läuft hier viel in ETFs rein. Und dementsprechend kann der Goldpreis auch weiter steigen, selbst wenn sehr viele Spekulanten auf der Long-Seite sind. Diese relative Stärke ist in diesem Fall eher trendbestätigend. Wir sehen das auch nochmal hier in der einfachen Darstellung. Es ist eigentlich rot. Normalerweise in den letzten Jahren waren das Verkaufssignale. Aber solange es sich relative Stärke zeigt, ist dies trendbestätigend. Der Goldpreis hält sich dementsprechend auch bei 1400 Euro je Finanze hier an der Oberseite des Aufwärtstrends. Wir erinnern uns Anfang 2014 im Tief bei 860 Euro je Finanze. Dann ging es immer weiter nach oben. Diesen Aufwärtstrend, da hatte ich all die Jahre gesagt, dass diese halten wird. Ein kurzer Rücksetzer darunter sahen wir als ideale Kaufchance. Kaufchance nach diesem Anstieg um 150 Euro in 2018. Hätte eigentlich eine Korrektur kommen sollen, aber dann kam die Änderung in der Geldpolitik. Und es ging nochmal 300 Euro nach oben, was wir auch kommuniziert hatten und erwartet hatten für die nächsten Monate und Jahre. Damals hatte man uns noch belächelt, aber wir behielten hier definitiv recht. Hier sehen wir Gold in US-Dollar. Das letzte Jahr war sehr schwer im Trading aufgrund vieler exogener Faktoren mit Trumps Handelskrieg gegen China. Aber zuletzt auch wieder schöne Verkaufssignale gehabt am Doppeltop bei 16,90 Dollar. Sehr interessant war, dass der Goldpreis zuletzt nicht mehr gestiegen war, obwohl die Aktienmärkte gecrashed sind. Das war sehr außergewöhnlich. Wenn Geld in den sicheren Hafen der Anleihen geflossen ist, konnte Gold einfach nicht mehr hinzugewinnen. Die Investmentnachfrage dürfte weiterhin sehr hoch gewesen sein und am Terminmarkt gab es keine zusätzlichen Käufe. Es muss also irgendwoher physisches Angebot gekommen sein. Und meiner Meinung nach haben hier die Notenmarken draufgedrückt. Die Regierungen haben auf dem offenen Markt in London beispielsweise physisches Gold verkauft. Gleichzeitig am Terminmarkt gegengehalten, was wir auch an den Daten der Big 4 sahen. Und letztlich kam es dann zum Long Drop. Wir hatten auch zwei Short Trades hier drin mit jeweils fast 100 Euro Profit auf der Short-Seite. Und im Moment wurde wieder die Unterstützung bei 15,50 angelaufen. Ob diese Unterstützung jetzt hält, weiß ich nicht. Der Terminmarkt gibt eigentlich eine Korrektur her, aber es gab schon QI-Programme. Die Notenmarken haben eingegriffen. Es kommt eine weitere Zinssenkung in der nächsten Woche seit der FED. Und wenn dann die Abwärtstrends am Aktienmarkt brechen, dann kann es sein, dass der Goldpreis nochmal gehämmert wird. Nicht, weil nicht genügend Nachfrage da wäre, sondern weil die Regierung es einfach nicht voll ist. Das ist ein Politikum. Der Goldpreis ist Inflationsindikator. Er ist ein Indikator dafür, wie stark oder schwach eine Fiat-Währung ist. Und die Regierungen lassen den Goldpreis nicht einfach ungehindert ansteigen. Es müssen immer wieder Enttäuschungen kommen. Das heißt, es müssten Rücksätze geben, dass all die Spekulanten rausgeschüttelt werden. Und jetzt waren wirklich sehr viele Spekulanten drin. Und dementsprechend hat die Regierung hier auch ein sehr großes Interesse, hier den Goldpreis zu drücken. Die Regierungen weltweit, meine ich damit. Wir sind hier unter 16,60 short. Und unter 15,50 zusätzlich kehrt auf unsere physische Position. Hier sehen wir das Ganze nochmal im Wochenchart beim Gold. Der Preis kam zurück. Wieder an diese Unterstützung bei 15,50. Da könnte sich ein Rücksetzer nochmal etwas ausweiten, kurzfristig. Wäre möglich, trotz des inflationären Umfelds. Dieser Chart zeigt auch schön, warum ich so bullisch bin, mittel- bis langfristig für den Goldpreis. Sie sehen hier den Goldpreis im Verhältnis zur Ausweitung der Geldmenge. Dementsprechend ist der Goldpreis aktuell etwa so günstig wie im Jahr 1970 oder zur Jahrtausendwende historisch unterbewertet. Und dementsprechend gibt es ja enorm viel Potenzial nach oben. Insbesondere dann, wenn die Notenbanken weiter die Geldmenge ausweiten in den nächsten Wochen und Monaten. Und hier sehen wir den Terminmarkt für Silber. Dieser war zuletzt auch im roten Bereich. Es gab aber schon die erste schöne Bereinigung in diesem Markt mit dem ersten Long Drop, den wir auch erwartet hatten. Der Unterschied des Silbers zum Gold ist, dass Silber nicht primär das sichere Hafen ist für Investoren. Eben wegen seiner hohen Volatilität. Und weil es aktuell eher als Industriemetall und nicht als monetäres Metall an den Märkten fungiert. Dementsprechend hat sicherlich die Investmentnachfrage zugenommen. Aber gleichzeitig hat die Nachfrage aus Industrie durch den Start dieser Rezession eben abgenommen. Und das ist eben der Faktor, der den Preis eben nach unten drückt und für eine Bereinigung am Markt zorgt. Wir sahen in den vergangenen zwei Jahren relative Schwäche im Silbermarkt und die verschwindet nicht von heute auf morgen. Die Investmentnachfrage muss erst stark zunehmen, damit der Ausfall der Industrienachfrage kompensiert werden kann. Und das sehen wir jetzt kurzfristig noch nicht. Wenn Gold stark steigt, dann wird die Investmentnachfrage kurzzeitig immer mal wieder so stark zunehmen, dass es zu einem Defizit kommt. Und dann kann der Silberpreis schon nach oben spitzen. Aber dann sollte man auch mal Gewinne mitnehmen. Langfristig sehen wir nichtsdestotrotz den Silberpreis massiv steigen und aufgrund des Gold-Silber-Ratios auch massiv den Goldpreis outperformen. Aber erst gegen Ende des neuen Bullenmarktes. Hier sehen wir den Silberpreis noch einmal in Euro. Ich hatte in dem Bereich von 16,40 bis 17 Euro in dem Webinar vor ungefähr zwei Monaten gesagt, dass ich den Preis noch mal auf 14 Euro fallen sehe. Wegen verschiedener Gründe. Das war einmal der Terminmarkt, gleichzeitig wegen dem Überangebot am physischen Markt, das persistent ist seit zwei Jahren. So wie der abnehmende industrielle Nachfrage angesichts der Rezession. Das Coronavirus kam dann noch hinzu. Insgesamt war das eigentlich der perfekte Sturm für den Silberpreis und für einen kurzfristigen Rücksetzer. Und es war sehr wahrscheinlich, dass der Silberpreis noch einmal fällt. Richtig vorher gesagt, seit diesem Webinar von vor zwei Monaten ist der Silberpreis auf noch einmal zweieinhalb Euro nach unten gekommen. Das kann sich sehen lassen. Und jetzt ist es meiner Meinung nach günstig. Im Worst Case sehe ich aber die Unterstützung im Bereich von 12,50 als massiv. Und darunter dürfte es nicht gehen. Sollte jetzt das Coronavirus die Weltwirtschaft so weit unter Druck bringen, dass Silber noch mal einen Tick tiefer geht, dann ist hier das absolute Kaufniveau definitiv erreicht für Silber bei 12,50 Euro je Feinunze. Auf US-Dollar-Basis sehen wir auch nicht mehr so viel Potenzial. Hier könnte die Rücksetzer noch bis 14 Dollar je Feinunze gehen. Aber dann hat sich das Ganze erledigt. Langfristig gesehen gibt es ein prozyklisches Kaufsignal bei Silber erst über diesem Widerstand, den Sie hier eingezeichnet sehen, über 19,50 Dollar. Wenn es darüber geht, wäre das mittel- bis langfristige Kaufsignal da. Im Moment ist die Handelsspanne zwischen 19,50 auf der Oberseite und 14 Dollar auf der Unterseite weiterhin intakt. Der Preis kommt aktuell nach unten. Die 14 Dollar könnten im Worst Case getestet werden. Aber danach dürfte es wieder nach oben gehen mit den neuen QI-Programmen, mit der Ausweitung der Geldmenge, mit der Inflation. Und dann wird es vielleicht in diesem oder nächsten Jahr zu dem massiven Ausbruch über 19,50 kommen. Und letztlich mit dem Anstieg der Investmentnachfrage ist dann nach oben auch der Himmel offen. Es kann deutlich weiter nach oben gehen. Der Terminmarkt für Palladium zeigt in den vergangenen Wochen und Monaten, in den vergangenen Jahren eigentlich relative Stärke. Hier haben sich die Spekulanten gar nicht so reingetraut. Dieses physische Defizit hat den Preis immer weiter nach oben getrieben. Dementsprechend waren die Kottdaten zuletzt auch im bullischen Bereich, wegen dieses physischen Defizits am Markt. Aber wir waren sehr vorsichtig zuletzt in den letzten Monaten, da wir die Rezession aufziehen sahen. Und in diesem Chart sehen Sie schön, warum. In einer Rezession neigt der Palladium-Preis dazu, sehr stark zu fallen, nämlich 70 bis 80 Prozent binnen kürzester Zeit. Immer wenn die Rezession auftritt, sagen wir 2008, sagen wir im Jahr 2000. 1991, aber auch Anfang der 80er Jahre bis 1983, hier ist der Palladium-Preis praktisch völlig eingebrochen. Um 70, 80, 90 Prozent. Und bis zum Ausbruch der Rezession, in dem Moment, wo die Konjunktur am stärksten läuft, steigt der Palladium-Preis auch immer am stärksten. Und das sahen wir auch jetzt zuletzt. Wir waren sehr skeptisch und hatten dann eben auch vor zwei Wochen hier ein schönes Verkaufssignal, das wir angenommen hatten. Und der Palladium-Preis kam auch deutlich unter Druck. Sie sehen hier einen Chart aus dem Webinar vor zwei Monaten. Wir waren dann noch optimistisch. Es zeigte sich noch relative Stärke. Und jeder Rücksetzer wurde immer gekauft. Dann wurden wir skeptisch. Ich hatte das meinen Abonnenten klar kommuniziert. Sie sagten Take Profit. Verkaufssignal mit Trennbruch. Palladium war das letzte Edelmetall, das gefallen war. Silber kam schon unter Druck. Platin war gefallen. Und Palladium ging dann erst als letztes nach unten. Und deswegen war das eigentlich auch sehr vorhersehbar, dieser Einbruch. Und man konnte das schön auf der Short-Seite traden. Hier sehen Sie das Ganze nochmal im Kurzfrist-Chart. Diesen massiven Einbruch beim Palladium-Preis. Und angesichts dieses Charts, den Sie gerade sahen mit den Rezessionen, war das auch vorhersehbar. Wenn die Rezession aufzieht und wir sahen das mit China, wir sahen das hier und wir sahen hier die neuesten Fälle von Corona, diese Absperrung in den Stillstand in Teilen der europäischen Wirtschaft, in Italien, dann muss man ganz klar sagen, in so einem Umfeld kann ich keine Long mehr halten. Hier muss ich mal auf den Fall den Preis setzen oder Palladium verkaufen. Und mit ein bisschen nachdenken konnte man diesen Einbruch sehen. Ganz anders als Palladium ist Platin weiterhin. Hier zeigte sich in den vergangenen Monaten enorme relative Schwäche. Sie sehen hier, der Preis war auf dem gleichen Niveau wie Anfang 2018 bei 1000 Dollar. Aber die Spekulanten hielten eine etwa doppelt so hohe Long-Position. Das deutete auf enormes physisches Überangebot hin. Das zeigte sich auch in den Wochen davor relative Schwäche. Und dementsprechend stand jeder Preisanstieg auf tönenden Füßen. Und es drohte, wie Sie hier in diesem Chart sehen, ein massiver Long-Drop. Deshalb sagte ich auch die ganze Zeit, der Arbeitstrend wurde gebrochen. Es ist sicherlich ein langfristiges Kaufsignal, aber kurzfristig droht der Platinpreis noch einmal runterzufallen auf mindestens 780 Dollar je Feinunze. Das hatte ich in den letzten Webinaren gesagt und in den letzten Marktkommentaren geschrieben. Und ich habe es immer wiederholt. Einer der Gründe für meine Einschätzung war das Überangebot am physischen Markt. Es gab neue Daten vom World Platin Council. Hier zeigte sich, dass im letzten Jahr besonders die Investmentnachfrage stark war. Und nur diese Investmentnachfrage von über einer Million Unzen, die enorm war Anfang 2019. Es gab ansonsten ohne die Investmentnachfrage eine massive Überproduktion in diesem Markt. Die Industrienachfrage war relativ gering. Und wären nicht antizyklische Käufe auf den Markt getreten, dann wäre der Platinpreis deutlich weitergefallen. Und jetzt stellte sich die Frage, bleibt die Investmentnachfrage im Jahr 2020 weiter so stark? Wir hatten es nicht geglaubt. Besonders im Umfeld einer Rezession sahen wir sogar eine Abnahme der industriellen Nachfrage. Und dementsprechend war jeder Anstieg im Platin-Markt sehr rückschlagsgefährdet. Sie sehen, im Jahr 2018 war die Investmentnachfrage praktisch nicht vorhanden. Ist dann mal in 2019 plötzlich gestiegen und kann im Jahr 2020 wieder völlig abäppen. Und dann kommt Platin unter Druck. Dementsprechend hatten wir lange Zeit auf ein Rücksetzergesetz. Bei 1000 Dollar je Feinunze hatte ich ständig zum Verkauf geraten beim Platin. Wir sehen hier auch nochmal weltweit die Produktionsgebiete für Platin. Global gesehen gab es hier ein leichtes Plus zur Produktion im Vorjahr. Ebenso wie Palladium neigt auch genauso Platin dazu, während der Rezession extrem stark einzubrechen. Das war natürlich noch ein weiterer Faktor, warum wir bärisch für Platin waren. Und dementsprechend war es klar, dass wir bei 1000 Dollar je Feinunze Platin Verkaufssignale gegeben haben. Wir hatten hier mehrere Short Trades, hatten mehrmals die Gewinne mitgenommen, wieder reingeshortet. Dementsprechend haben wir das Niveau um die 1000 Dollar immer genutzt, um zu verkaufen. Ich habe das auch mit Premium-Abonnenten ganz klar kommuniziert. Ziel war mindestens 860 Dollar je Feinunze. Das zweite Ziel waren 790 Dollar. Und ich hatte schon angekündigt, dass Platin noch weiter fallen könnte in einer Rezession. Und der Einbruch der Automobilnachfrage in China allein im Februar von über 40 Prozent hat den Platin-Preis jetzt mit einem Schlag voll getroffen. Also das Coronavirus hat hier nochmal den Sargnagel für den Platin-Preis gebracht. Und das war auch vorherzusehen. Hier sehen wir nochmal Platin im Intraday-Handel, ein schönes technisches Trading, Widerstand bei 1000 Dollar zum Reinschorten. Unter 960 mit dem Bruch der Kreuzunterstützung ging es nach unten abverkauft. Dann eine bärische Flaggenformation, ein Ausbruch darunter und schon wurde das Ziel erreicht bei 790 Dollar. Aber langfristig besteht Hoffnung. Wir wissen, Platin ist im Vergleich zum Palladium das günstigste Platin-Metall mit einem Ratio von 0,043 günstig. Dementsprechend sagte ich auch immer, Palladium auf keinen Fall ins Edelmetall-Depot jetzt reinlegen. Wenn dann langfristig Platin zur Diversifikation. Auf Sicht von 10 Jahren gibt es hier einiges Potenzial nach oben. Kurzfristig auf Sicht der nächsten 1-2 Jahre bin ich weiterhin für Platin skeptisch. Da würde ich eher auf Gold und insbesondere Silber setzen. Und schon sind wir beim Punkt der Minenaktien angekommen. Wir sehen hier den HOI-Goldminenindex. Dieser kam jetzt unter Druck und ist auf 175 Punkte gefallen. Sie erinnern sich, ich habe in all den letzten Webinaren gesagt, dass mir die Minen zu teuer sind. Dass ich eigentlich einen Drücksetzer noch erwarte. Und die Minen durchaus bis auf 170, 175 Punkte fallen könnten. Ich habe mich da jedes Mal aus dem Fenster gelegt und immer wieder diese Prognose wiederholt. Und jetzt kam eben dieser Einbruch. Unser Ziel wurde exakt erreicht. Und wir haben dort die erste Drittelposition nun gekauft. Im Bereich von 175 Punkten beim HOI. Haben wir die Hand aufgehalten und die Minen mit relativer Stärke gekauft. Aber mehr erfahren Premium-Abonnenten. Interessant ist hier dieser Chart. Hier sehen Sie den Rückgang im Verhältnis des Rückgangs im deflationären Crash von 2008. Damals war der HOI-Goldminenindex von 500 Punkte auf 160 Punkte im Tief gefallen. Das ist ungefähr das gleiche Niveau wie jetzt. Aber die Geldmenge in den USA hat sich vervielfacht. Berücksichtigt man die Inflation, dann notiert der HOI-Goldminenindex etwa auf dem Niveau des Jahres 2000. Also ist deutlich günstiger, eigentlich real inflationsbereinigt und hat deutlich mehr Potenzial nach oben. Zusätzlich kommt noch dazu, dass wir in 2008 einen deflationären Crash sahen und den es diesmal gar nicht so wirklich gibt. Die Notenbanken drucken bereits wieder. Und Sie sehen hier in 2008, erst ging es deflationär nach unten und dann ging es inflationär mit dem QI-Programm nach oben. Und jetzt haben wir eigentlich schon die QI-Programme. Dementsprechend dürfte der weitere Rücksetzer am Minenmarkt gar nicht mehr so stark werden. Das Gröbste dürfte dieser Markt hinter sich haben und ich denke, dass Smart Money nutzt diese Kurse bereits für erste Käufe. Hier sehen wir den XAU-Goldminenindex. Auch dieser hat unser Ziel erreicht. Die 78 Punkte hat dieser jetzt getestet. Das war die Zielmarke, die wir hatten für die Mindestkorrektur. Und jetzt wollen wir kaufen. Zuvor war uns dieser Markt zu teuer. Wir hatten frühe Gewinne mitgenommen Mitte letzten Jahres und jetzt hatten wir abgewartet und wir bekamen recht. In diesem Chart sehen Sie aber die Goldminen anhand des XAU seit 1983. Und Sie sehen, das ist ein einziger Seitwärtsmarkt. Das ist nicht wie der Standardaktienmarkt. Hier können Sie nicht einfach eine Buy-and-Hold-Strategie fahren und einfach diese Minen halten, sondern man muss nach Rücksetzern kaufen und nach starken Anstiegen wieder verkaufen. Das ist ein Tradingmarkt. Minen haben Potenzial, kann man traden, haben einen Hebel zum Gold und Silber, aber man muss damit umgehen. Man muss in die Schwäche hineinkaufen und in die Stärke hinein verkaufen. Ansonsten wirbt man hier Verluste allein. Für die Altersvorsorge ist Gold am besten geeignet. Als zweites Silber. Platin und Palladium kann man nur als Beimischung hinzufügen. 5-10%. Im Moment macht Platin ja am meisten Sinn langfristig. Und erst wenn das abgesichert ist, darf man mit restlichen Geld in Minenaktien reingehen und damit spekulieren. Aber dann sollten Sie jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Unsere Solid Edelmetall App können Sie im App Store und auf Google Play herunterladen. Diese bietet Ihnen viele Funktionen, Charts, Analysen, Videos, Kommentare von uns, alles rund ums Thema Edelmetalle und Anlagemöglichkeiten. Gold-Silber-Shop wurde in den vergangenen Jahren mehrmals als bester Edelmetallhändler in verschiedenen Kategorien von Focus Money ausgezeichnet. Sie finden unsere Filiale auch in Mainz. Dort können Sie uns persönlich besuchen und bis zu 2.000 Euro anonym kaufen oder mit Ausweis auch viel mehr. Oder alternativ online auf www.goldsilbershop.de Das nächste Webinar gibt es Anfang April. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Märkte in diesem Umfeld entwickeln werden. Machen Sie es gut bis dahin. Bleiben Sie gesund und viel Erfolg bei Ihren Investments. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Märkte in diesem Umfeld entwickeln. gather auf die Märkte in diesem Umfeld beginnt.